ja und damit wieder hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren let's play pokemon legenden arceos weiterhin auf der suche nach der hoffnung dass das noch mal rauskommt oder auftaucht ich schätze mal jetzt in der nacht nicht so wirklich viel da haben wir das sandige bohmi das wir nicht brauchen bei level 18 kann man ruhig mal fliehen wir bett es nehmen wir gleich mal mit die nacht um die ohren schlagen aber wir können aber noch ein pokédex eintrag erweitern wenn wir jetzt noch einen davon besiegen da kriegt man bestimmt ein paar eps so ich muss aber auf die karte gucken ok also kartentechnisch bin ich auf dem auf der richtigen höhe aber die kommen wahrscheinlich nur bei tag deswegen schnappen wir uns jetzt hallo schnappen wir uns jetzt die mit level 61 schnappen wir haben ja dann nix ja war ja klar one hit wir wollen das zu noch da jetzt ein bisschen mehr aushält schnappen wir haben wieder ein beleber einsetzen mit mir eigentlich gar nicht dass sie manchmal so um kippen als wenn das echt nur fliegen hier kann man nur runter springen hier sehe ich also laut karten anzeige soll das nämlich genau hier sein es ist ja schon morgen jetzt so die müssen also langsam die kleinen viecherchen auftauchen nein ich wollte eigentlich nur genau den hier wird es scheint immer noch zu sehr nacht zu sein jetzt wird hier auch wieder der regel so den können wir uns noch ziehen wegen dem buckedex eintrag fällt er auch als punkte dann hinterher so dann kann ich das jetzt auch mal dann kann ich das jetzt auch mal so wang haben wir den auf jeden fall aber ich finde ja wir haben ja auch mal jetzt habe ich leider bei dem fangela nicht drauf geachtet dass der transstand ob ich da noch weitere besiegen muss ja dann kann ich den da oben nämlich auch direkt besiegen ach komm schon dass er so eine anhöhe nicht normal hoch kommt schon beinahe ja dann habe ich da nämlich am mindesten ein fangela beigeschleiten jetzt sagt nicht die kommen nicht wegen dem regen ich mal eine ebene weiter unten das knuspy bringt mich nicht weiter da ist rosalia ja wie bist du noch eins ich will auch gleich kämpfen was kriegt das auch zwar in anführungszeichen nur level 36 wir brauchen zwölf insgesamt habe ich gerade gesehen dann kann man ja hier noch ein bisschen was man nicht alles für den pokedex eintrag tut ne also da nicht einfach hochkommt ne also da nicht einfach hochkommt ne wo sind wir denn jetzt auf der karte wahrscheinlich viel zu weit aber hier ist auf jeden fall noch irgendwo eine grundsache da ist die grundsache da ist ein mega das ist ein mega hätte ich gefeiert das hätte ich vielleicht sogar noch gefangen braucht auch keine saune da hinten ist das ja mega erstmal hier ein bisschen durch kämpfen 58 das hat ihn nicht ganz getötet ja immer schön rauf auf mein charob frage ich mich ja manchmal so alleine verbrennung jetzt macht doch nicht die ganze zeit immer wieder der will mich echt flaxen das ding warum fällt das feuer nicht ja genau so jetzt werde ich es aber besiegen also ich werde es nicht versuchen zu fangen dafür geht mir der viel zu sehr mit seiner blöden erholung auf den kekse wieder unnötig den ding geopfert so wo ging es nochmal rauf hier ging es irgendwo hoch ne also ich will das gerade gar nicht ich will das kleine Vieh haben drei blätträger da 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 wird ja nicht so aus als wäre das hier irgendwo hier klar hier ist dann lieber honig und sowas aber jetzt muss ich hier mal gucken und das wird eher etwas weiter da unten angezeigt wo bin ich jetzt gerade es wird mir eher hier angezeigt okay also muss ich mal darunter und mehr hier ich glaube da sehe ich schon eins ja da ist schon eins dann direkt ein paar fangen würde ich sagen was wackelt der hemd noch lang? ach das ist Pichu sonst irgendwas ich glaube den habe ich aber auch noch nicht ich schnappe ihn mir mal okay der geht natürlich flüchten hallo okay dann halt nicht okay der will auch nicht sind jetzt schon weg läuft würde ich sagen so geben wir mal das item hier schnell ja 70 dankbarkeitspunkte sehr schön nehme ich mit äh karte geben wir also taucht mal ab erstmal schlafen wir nochmal bis zum morgen dann einmal nur kurz ich sehe also zwei pokémon gefangen bitte ich dachte mir berichter ja hm mhm faszinierend ich werde den Pokédex mit den informationen führen danke es hat wahrscheinlich überhaupt gar nicht gereicht kann ich hier nochmal den Pokédex drucken wie weit ja ok bis zum nächsten rang 640 punkte aber ich kann hier eine Quest abgeben aber ich kann hier eine Quest abgeben und ich bin es weit gelaufen und ich bin es weit gelaufen jetzt sind wir standig durch ok hast du ein pokémon mit den 3 Blättern mit gemacht? ok möchtest du dieses pokémon wirklich überreichen deswegen ist gut dass wir zwei gefangen haben ja das sind drei sind brechige blätter auf gute arbeit nahm ein kleiner sonnenschein können wir etwas von deinen blättern abkommen hallo wie kommst du mit der suche nach der zutat voran wie ein pokémon ja jetzt weißt du wo bescheid ganz genau die zutat für die medizin enthalten wir erhalten wir von diesem pokémon hier was wir nutzen etwas von einem pokémon als zutat pokémon machen mir doch nie zu viel angst ich werde nie wieder medizin herstellen können chirini chirin du sollst du solltest etwas offener sein unwissenheit ist eine sache sich sich aber willentlich gegen neues wissen zu wehren folgt von ignoranz oder was glaubst du weshalb die galaktik expedition den forschungstrupp gegründet hat und nun pokémon erforscht ja da mag etwas dran sein aber das kam gerade als so unerwartet für mich aber ich kann auch sehen dass du draußen in der wirtnis immer dein bestes gibt es ihr habt recht ich darf mich neu nicht verschließen und muss mit meiner an muss mich meine angst stellen und mein erster schritt würde es sein mich mit diesem pokémon hier vertraut zu machen abgeschlossen super arznei und und eine bärung ja da haben wir die aufgabe mit bravo gelöst ein bisschen über der zeit drüber aber ich würde jetzt euch das ganze nicht nehmen dass wir doch noch mal einen kleinen erfolg verbuchen würden dann gucken wir noch nach anderen aufgaben die wir erfüllen können und hoffen dass wir bald fünf sterne sind dann würde ich sagen wir sehen uns in der nächsten folge bis dann